Wir sind doch nicht alle, jedenfalls noch immer noch. Gehen die zu was jetzt? Ja, ja, ja. Oh, jetzt sind schon mal zu viele. Ich habe jetzt kurz 20. Und wann kommen die Kleine dann zu welchen? Irgendeine Zeit. Bitte? Irgendeine Zeit. Wir haben nicht eine Saison. Ach so, nicht. Sprichlich Fröhling oder was? Gegenfamilie auch. Wie alt könnte der sein, Herr Kleiner? Der ist sicher zwei Jahre alt. Zwei Jahre alt sind. Ey, ey. Der ist ja zu alt. Der soll die Tür aufmachen. Wir müssen dich gegen. Ich gehe noch alle winzig. Ich komme noch. Ich komme immer noch. Und der versteckt sich, der schiebt. Ja, dann kommt der. Ja, komm. Ich mache hinter der Mutter. Ey. Ey, Elefant jetzt. Achtung. Ach, der macht jetzt kaum so. Aber der frisst. Der frisst. Da kommen noch mehr. Aber es scheint Ihnen nichts auszumachen, oder? Dass Leute hier sind. Nein, das kennen wir doch. Sie kennen das. Sie fahren vom Bus. Sie kennen nichts anderes. Und wir kennen das Garage. Es ist, wenn wir jetzt die Tür öffnen sollen, wo wir alle mit der Tür öffnen können. Ah, wenn, ja. Das wäre was anderes. Ja, da kommt alles.